Musik Willkommen in meinem Fan-Make-Up-Tutorial Triathlon, jetzt Teil 3 Hier füge ich noch ein paar Accessoires hinzu und ja, habe mich auch schon mal rot gekleidet Ich suche mir immer gerne eine Farbe aus von dem Olympischen Ring und dann überwiegt die jetzt zum Beispiel auch Ja, und heute habe ich mich für rot entschieden Passend dazu, Federohrringe in rot Kennt ihr den Song? Our day will come Wie ihr wisst, singe ich ja auch und heute wollte ich euch unbedingt einen meiner Lieblingssongs vorstellen und zwar Our day will come Diesen Song habe ich in Chicago performt und es war wirklich, wirklich, wirklich schön Schaut mal her Dieses Video und auch viele andere findet ihr auf meinem zweiten Kanal Bunny Music Und den dann natürlich auch nicht vergessen zu abonnieren So, wo war ich stehen geblieben? Äh, Accessoires, genau So, jetzt ein Ring mit einer Schleife den ich kombiniere mit einem goldenen Ring der ein schwarzes Puffelchen hängen hat Und dann noch passend ein rotes Armband Und schon ist dein Fan-Style komplett fertig Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt das Tutorial mit allen anderen Triathlon-Fan-Styles und mir in den Kommentaren schreibst Es wäre wirklich toll So, jetzt muss ich mich verabschieden Es hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte dir helfen und gute Tipps geben Mua, mach's gut Deine Bunny Sport Mua, mach's gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020